Hallo und bei uns geht es nicht nur unfassbar bunt zu, sondern so schmeckt es heute auch. Denn viele wissen gar nicht, wie abwechslungsreich Smoothies, Bowls und Superfoods sein können. Also wir machen eine warme Bowl mit Kalb, Garnele und ein bisschen Blumenkohl. Dann machen wir eine grüne Bowl mit Spinat, dann machen wir noch Smoothies mit Milch, mit Kokosmilch, mit Joghurt, mit Früchten, mit Beeren, ein bisschen Kokosnuss. Als erstes müssen wir mit dem Kalb anfangen. Wir verarbeiten alles vom Blumenkohl. Den Stiel, den putzen wir unten bloß ein bisschen zu. Der kommt dann in den Topf, da kommt ein bisschen Knoblauch dazu, ein bisschen Schalotte, Kokosmilch, ein bisschen Zitronengras, Kaffee-Limettenblätter und dann kochen wir das richtig sauber ein, bis der Blumenkohl zerfällt. Und zwar haben wir jetzt hier die Kaffee-Limettenblätter, die müssen jetzt hier gleich von Anfang an rein. Und da haben wir ein kleines bisschen Currypaste dazu mit rein. Dann löschen wir das Ganze ab mit ein bisschen Nöllebrat. Und was kommt sonst noch in unsere Bowl? Da sind wir da herüben und zwar kommen noch die Garnelen dazu. Wir gehen jetzt quasi zur grünen Smoothie Bowl. Genau. Okay. Chiasamen, Leinsamen, getrocknete Bananen, alles was man halt irgendwie so im Haushalt öfter mal da hat. Leinsamen und Chiasamen sind ja im Grunde das Gleiche. Es ist halt quasi eine kleine Abänderung der Pflanze bzw. der Samenart. Aber im Grunde hat sie den gleichen Effekt. Es quält einfach auf und hält lange Sack. Und man hat halt schnell eben ein Sättigungsgefühl, das lange anhalten. Ich begrüße damit herzlich Fernanda Brandauer bei uns heute im Studio. Hallo. Hallo. Hi. Herzlich willkommen. Fernanda zaubert heute ihr Lieblings-Smoothie-Rezept. Jetzt kommt der beste Moment. Alles ist drin. Warte mal, darf ich schaue mal auf nochmal? Was ist das? Nur ein bisschen Oxalis-Salz dazu. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Gerne. Also ich kann verstehen, warum das dein Lieblings-Smoothie ist. Du hast ja auch eine Fitness-WVD bzw. ein Fitnessprogramm auf den Markt gebracht. Es fing alles damit an, dass die Leute mich immer gefragt haben, wie hältst du dich fit? Was machst du? Überwiegend Frauen in unterschiedlichen Altersgruppen. Squats sind die besten Übungen für uns Frauen. Also wenn wir das so von der Seite machen, wir tun so, als würden wir uns hinsetzen auf einem Stuhl. Und der ist ganz klein. Genau, perfekt. Das heißt, die Knie bleiben hinter den Fußspitzen richtig. So, und dann geht man wieder hoch. Oh, das, 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 ja, das zieht. Man merkt es. Bei welchem Rezept sind wir mittlerweile angelangt? Wir sind aber immer noch beim Kalb. Okay. Bowl mit Garnele. Bei dem Kalb haben wir jetzt ganz normal ein bisschen gewürzt. Mit Biersalz, mit Asia-Salzig-Süß und Limettensalz. Warum bedeckt ihr den Blumenkohl mit Backpapier? Dass er eine kurze Zirkulation hat. Okay. Und durch die kurze Zirkulation schmort das besser im eigenen Saft. Jetzt sind wir nämlich auch schon so weit, dass wir den Blumenkohl mixen. Die nächste Bowl haben wir drüben hergerichtet. Und zwar haben wir hier eine Kokos-Himbeer-Bowl. Genau, Fernanda, bitte bereite gerne unseren Smoothie zu. Sabrina, ich habe jetzt noch einen relativ lässigen Koch-Hack für dich. Wir haben hier so Bowls. Die waren jetzt am Anfang von der Kochshow, haben wir die abgeschoben bei 250 Grad, was der Ofen halt leisten kann. In der Zwischenzeit haben wir mir die Kalbsfilet schön dünn geschnitten. Man hört schon gut zählen, das heißt, es wird jetzt erst in der Bowl gegart. Genau so ist es. Es wird in der Bowl gegart. Das ist ja wirklich eine Neuheit. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an My Smoothie und an die Fernanda, dass du da warst. Vielen Dank an die ganzen Hauptpartner. Genau. Sabrina, merci, vielen Dank. Ja, dir auch. Ja. Vielen Dank.